Wir hatten mega viel Ruhe am Strand, es war mega entspannt. Es sind noch zwei andere Mädchen da, aber den Moment habe ich für die Diana gespendet. Mir hat es Spaß gemacht, die Zeit mit ihr zu verbringen. Wenn wir Zeit zu zweit verbringen, dann denke ich überhaupt nicht über die anderen nach. Wenn wir zusammen sind, genieße ich wirklich nur die Zeit, ich genieße sie sehr. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Wir haben wirklich noch lange geredet, also es ging bis tief in die Nacht. Es war noch mal lockerer, noch mal entspannter und richtig, richtig schön. Ja, wir sind uns sehr nahe gekommen, auch viel intensiver, als ich gedacht hätte zuvor. Also ich bin ganz überrascht, der ist so lieb. Der ist wirklich sehr lieb. Der ist immer kuschelig und nett. Diana ist ein super Mädchen und ich habe mich echt wohl gefühlt auch mit ihr. Ich hatte überhaupt keine Hemmungen, dass ich vielleicht schnarchen würde oder dass ich mich schämen müsste vor ihr. Das hast du aber toll gemacht. Der Basti ist ganz toll. Er ist ein ganz toller Kuschler und Liebhaber und er ist wirklich ganz lieb.